Die Sprint-Animation von diesem Skin, da habe ich das mal angemerkt. Shoot, shoot! Alle wieder einsteigen in den Hype Train. Für Hype Train ist es der falsche Skin. Hype Train. Eins muss ich aber auch sagen, die W ist kacke bei dem Skin. Die Animation davon ist shit. Das Geräusch ist shit. Der beste Skin dafür ist halt der Korken. Der Korken ist der beste. Mafia Jinx, sorry. Mafia Jinx ist so ein guter 975er-Skin. Oh, ist ja ein Kater im Team, cool. Du hast einen Korken, du hast Bonussprüche, du hast den geilsten Dance ever. Was will man eigentlich mehr? Hast du den? Hast du den? Ja, du hast ja manchmal getroffen. Oder? Ja. Nee, oder? Hab ich getroffen? Glaub ich hab getroffen. Weiß es nicht. Das war keine so schlaue Idee. Das war keine so schlaue Idee. Das ist eins. Cut! Cops outsmarted. Stimmt, stimmt. Wir haben die Catch Me If You Can Challenge. Super rare. Nein, 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 nein. Geh da weg. 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 Oh nein. 103 AD, meine Freunde. Auf level 2. Mit B, Max. Geh da weg. Nein, ich hab da niemand geklickt. Nein, du bist da weg. Easy. Ich muss noch nicht mal meine Skills treffen. Mit einer so tollen Jänner. Ich hätte ja lieber meinen Ding scannen, aber der hier tue es auch. Das ist dran. Ich bin zu viele Kopf die Muckstd-Smartin. Auch wenn es nur eine ist. Boots. Das sind auch gar keine Boots. Ich habe aber Boots gesagt, nicht Boots. Reportet for no Boots. No Boots. No Boots, doch. No Boots kann man sie auch reporten. Wir reporten Jinx von No Boots. Das erinnert mich an dem Bild, wo Jinx und... Wer war das denn? Ah, ah. What? Warum ist sie in was reingehlt? Panik. Ich glaube, unser erster Backport ist Clash mit Ghostblade. Ja. So viel Gold habe ich noch nicht, oder? Okay, so viel Gold habe ich auch noch nicht weiter. Doch, ich habe genug Gold. Cool. Ich habe Ghostblade. Mit meinem First Back. Was habe ich denn? Chill, chill. Chill, chill, motherfuckers. Oh. Ich habe zugeben, die Top-Lane-Nerven. Nee, wir suchen uns zur Lane. Halten sie uns, pushen wir uns wieder durch. Na gut. Wir müssen doch wieder erst was. Auf zu Red Buff. Oh, Red Buff. Ich habe neben geschossen. Und vorzüglich. Du brauchst den. Fuck you. Sie ist auch geflasht. Wie konnte sie nur? Ich warte. What? Easy, Boots. Easy, Everyday. Ach ja, stimmt. Läuft einfach weg bei der Heilung. Okay, Bullshit. Brauch keine Heilung. Ich mache jetzt Dragon alleine. Äh, Leute. Ja. Drin ist bei mir im Boden drinnen. Cool. Schon wieder? Oh, scheiße. Nein, fand es bei mir. Ich bin tot. 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 Bin ich deine Bitch. Oder du bist deine Bitch. Easy. Ja, jetzt sind Irelia und fucking Catelyn top. Unruhen, Söhne. They can't stand Janna. They're completely escape. Nein. Nein. Ich bin tot. 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 Nein, Mann. Meine Nase. Masulax ist das einzig wahre, meine Freunde, Q-Max. Nur so gewinnt man Spieler. Ich glaub ich Max kann jetzt an eh zu maxen, ich glaub 200 Q zum Scaling ist ganz gut. Ach meine W hat Passive Scaling, ok. Wieso hat meine W in Passive Scaling gesagt, wann hat die W das Passive Scaling? Soll ich irgendwie über den Pitch Notes überlesen? Ok. Er ist halt, Jenna braucht keine Schuhe. Weil du so viel Movespeed durch die W bekommst. Und du APGs. Dass du ihm keinen Fick geben musst. Ich find's gut, dass die uns ignorieren. Ich find's dumm, dass die uns ignorieren. Gibt's schon zwei in Kreise? Wird das schon gehen? Always Klausch. Rutsch. Gott. Schass ist ABC zu sein. Das wollen wir. Ok, Schild ein Level hoch. F*** mein Noles ist der Name, egal. Bitch, I f*** you up. Bitch, I eat you. I eat you. Oh my god, dead up there. Holy shit. Holy shit. Just got eaten by Jenna. Warte, ich brauch noch ein klein bisschen Gold. Nein, ganz knapp verfehlt. No, 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 no. Was zum Schwanze ist länger gefehlt. Hallo, ich bin doch. Oh, f***s sake. Dropping off me. Nein, du hast ihn aus meinem Dings geschlungen. Ja, aber dafür hab ich dem Typen hier den Arsch gerettet. Scheiß drauf. Niemand mag Philistix. Ja, aber ich mag Assists. Ich brauch noch... Ich muss jetzt sechsmal sterben, dann bin ich der Teufel. Ja, ich brauch noch. My mind's telling me now. Warte mal, ob der Body-Tains mich fliegt. My body's telling me, f*** me. Oh yeah. Oh, you touch my dralala. Oh, my ding-a-dong. Ich hab schon 400 Api-Memons. Wer hat unseren f***ing Ludwig immer? Ja. Ah, der GP ist tot. Na, mein GP ist nicht, dass er landen lassen kann. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ah, das ist sicher. Es geht. Was geht? Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. ramt. Bullits! M Koh Colombia Dis was sick. Das war sowas von sick Mauli, Mauli Ich geh mir nur so, okay, ich komm da jetzt weg, alles gut Ich geh mir so, okay, Schneeball, finish Das war beautiful Ten out of ten Woodbang again Oh ja, das war richtig Oh, mir ist halt AP Master Master Nice kill Ne, you one shot Oi Warum ist er so fucking schnell? You sir, just got meaned on Hallo Bye bye Ich bin Tank Jenner, boys AP Jenner equals Tank Jenner Ist doch logisch, oder? Jo Ich mein 1,6 Sekunden cooldown auf der W Ein Spell, der nur über Scaling 300 damage macht Seems good, man Hm, 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 oh Ich hab gecleared, aber hab da kein Eyeball oder vielleicht ein scheiß Reportet. Okay. Scheiße. An deiner Stelle würde ich jetzt laufen. Er hätte mich gleich wieder ultiert. Immer ultiert. Das bin ich als ADC gewöhnt, dass immer die Gegner die wichtigsten Sweats abhaben. Nein, scheiße. Das wäre super sweet gewesen. Oh. Bei mir waren gerade 3 Spells unsichtbar. Das ist scheiße. Easy. Where did I go? Ich habe keine Ahnung. Der war erst bei dir und dann war er wieder bei sich. Ich habe keine Ahnung. Nein, hast du das gesehen, wo der hingedrückt wurde? Nein. Ja, du bist scheiße, ich weiß. Nein, ich wechsle die ganze Zeit mit der Q die Waffe und dann kann ich nicht Auto taggen. Ja. Unlucky me. Wieso wechsle? Ja, ich drücke halt, äh, weil ich Auto-Rapid feierst die ganze Zeit aus Versehen drauf. Wie viele AD gibt das jetzt eigentlich? Hey, Psyche, willst du Free Stats? Hier hast du Free Stats. Enjoy some Free Stats. Lass auf Free Stats. Hier, Free Stats für everyone. Yay. Ich kann Free Stats an zwei Leute gleichzeitig geben. Yay. Ich kann zwei Leuten konstant 91 AD in den Arsch schieben. Cool, ich kann die gesamte Malfight Q machen. Die sind jetzt meine Bitches. Los, nehmt die Schilder und macht was mit sie das mit. Please don't. Wo ist gegen Klingestorm? Wo ist gegen Klingestorm? Nooo! Noooo. Na ja. Nooo! Dive'em! Die waren doch nicht normal. Jesus! Merkt man das Trapper? Nein. Gut. Ich dachte die Gegner haben da gewartet und plötzlich gleich... Hoffe ich. Hoffe ich. Oh da war ein Schneeball. Bye bye. Tschüss. Wieso kann der Malfight so lange den Turm tanken? Kann man das damit erklären? Nobody knows. Wenn das OP Malfight kein Tank. AP tank Malfight. Oh es gibt ihn. Er misst. Er misst wieder. Oh, falsche Richtung. Wo ist der? Das ist er. Das ist ein anderes Mord. Ich habe jetzt Edge Lord of Night. Edge Lord of Night. Ja. Okay. Der Rison. Pussy. Pussy. Er hat mich Pussy genannt. Weil ich mich in den Bisch versteckt hab. Nein. I'm thinking. Wait. I'm thinking. I'm thinking. How do people do this? Nobody knows. Hallo. Ich bin ein Trapper. Ich bin ein Nommi. Ich bin ein Trapper. Gute Aussie, Kumpel. Nein. Ich habte sogar Fully instilling in Flash. Oh mein Gott. Ähm. What? What? Wie? Er okay. Hallo Dragon. Los bitch. Mach den Dragon. Ich nehme die Krabel. Als soll. Cheater, ganz ehrlich Was du mit Vögel machst, Psycho, sieht so aus Oh, Vögel sind Oh, Chiknis, oh, Geld Katelyn, ist das ein Duell, das du nicht gewinnen kannst Wie, wieso, wie, wie Ganz einfach Man, würde Malfight, würde Malfight nicht AP gehen, sondern irgendetwas anderes Dann würde er halt tot sein Ich würde mal eine Jenna OP, okay Jenna fucking OP